Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass alles zusammenbricht. So fing alles an. Plötzlich fühlte es sich einfach gut an, Dinge zu zerstören. Ich konnte nicht anders. Irgendwie mussten die Emotionen raus. Das war meine Therapie. Aber dann sprach mein Mann ein Machtwort. Es musste aufhören. Alles änderte sich mit dem Solitec Solarmodul. Ob es meinen Momenten standhalten könnte? Wir waren skeptisch. Doch schnell zeigte sich, dass die Solarmodule viel mehr können. Wir haben zweifellos bewiesen, dass sie äußerst widerstandsfähig sind. Also haben wir uns mit Modulen eingedeckt und unsere undichten Dachziegel ausgetauscht. Solitec – Energie für die schwierigsten Zeiten.